Musik Kilogramm auf die Waage. Er kommt in den Ring mit einem Rekord von 10 Profikämpfen mit 9 Siegen, davon 4 durch K.O. und vor einem Punkt Niederlage. Herzlich Willkommen in St. Inbert aus Mischkow im Boden, Norbert, Michael Niroda. Sein Gegner aus der gegenüberliegenden Ecke des Seitenpferns, der blaue Ecke in der schwarzen Pose, hatte gestern ein Gewicht von 75,8 Kilogramm. Er geht mit einem beeindruckenden Rekord in die Schlacht. 14 Profikämpfe, davon 12 Siege, 3 Knockouts, ein Revie und lediglich eine Punkt Niederlage. Er ist hier zu Hause und steht vor seiner größten Bewährungsprobe. Meine Damen und Herren, introducing the Doberman, hier ist Ihr Lokalmatador, hier ist der aktierende deutsche Meister, Jürgen Doberstein. Ringwichter Tonis Imperio wird nun mit beiden Boxern in der Ringwitte seine letzten Anweisungen geben. Auf geht's in den Kampf. Ringwichter Tonis Imperio zur ersten Runde. Ringwichter Torren Lampen Ringwichter Tonis Imperio Applaus Kugel-Ein Uugelein Uuuuh Und fang dich nochmal! Fang dich nochmal! Fang dich nochmal! Ja, der Kampf ist aber schon entschieden. Ja, der Kampf ist aber schon. Vielen Dank. 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 Thank you. 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 Jürgen! 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.